Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Bildern einer Ausstellung von Modest Rosorgsky haben Maria Lembert und Wolfgang Kroner den musikalischen Auftakt zur Eröffnung meiner Vernissage gegeben. Als neues Mitglied der Kulturvernetzung Niederösterreichs, dem ich seit heuer auch angehöre, ist es mir eine besondere Ehre, Sie zu den Tagen der offenen Ateliers hier begrüßen zu dürfen. Als Vertreter der Stadtgemeinde Heimbach habe ich gesehen den Herrn Gemeinderat-Pelzmann, als Vertreter der Gemeinde Berg ist der Gemeindesekretär hier, ich vertrete mich als Bürgermeister, nicht der Bierstädter. Sollte ich jemanden vergessen haben, ich weiß es nicht, wer alles da ist, ich habe einen Überblick verloren. So, ich möchte den Anlass heute nützen, meine Musikerinnen und Musiker ein bisschen vorzustellen. Maria Lembert ist aus Wien und Musiklehrerin hier an der Musikschule in Heimburg. Katharina Hartberger ist ebenfalls aus Heimburg an der Donau. Gottfried Hauck wird uns mit seinem Gesang beglücken, er stammt aus Schweckert. Und Wolfgang Frohner aus La Sée, ebenfalls ein Schüler in der Musikschule Heimburg. Sie werden in der nächsten halben Stunde für Sie singen und spielen. Und darum bitte ich jetzt um die nächsten drei Beiträge. Das wären dann die Himmle L'Amour von Marguerite Monod, der Royal Rumba von Peter Pschistjaniak und der Rose von Amanda McBroom. Herr Rumba von Peter Pschistjaniak Und Baba McBroom. Amen. 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 There's such a love of world to see We're after the same rainbow sand Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020